Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Willkommen aus meinem unaufgeräumten Büro. Wenn ihr irgendwo im Hintergrund Dreck findet, dann dürft ihr diesen einfach ignorieren. Heute geht es um ein Thema, auf das ich selbst nicht gekommen wäre. Und das finde ich das Coole an diesen sozialen Medien, wo ich einfach in den Austausch mit euch gehe und ihr mir einfach manchmal Themen zuwerft, wo ich denke, ah ja, klar, können wir auf jeden Fall mal besprechen. Hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt ein Thema ist. Heute Thema Intimhygiene. Tatsächlich habe ich da viele Fragen zu bekommen, wie halte ich denn wirklich meinen Genitalbereich richtig gut und schonend sauber. Und ich persönlich wusste nicht, dass das wirklich ein Thema ist. Ich dachte, das wäre klar. Und deswegen finde ich diese sozialen Medien einfach so mega spannend. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt und wenn es eine blöde Frage in euren Augen ist, dann schreibt sie mir trotzdem bei Instagram oder bei Facebook oder einfach über meine Website. Schreibt mir hier, macht doch mal ein Video zu, Punkt, Punkt, Punkt. Entweder schreibe ich zurück, du, da gibt es schon ein Video. Hier ist der Link. Oder ich sage, hey, coole Idee. Gehen wir auf jeden Fall mal an und wir gehen jetzt das Thema Intimhygiene mal an. Und wenn man mal so durch den Drogeriemarkt um die Ecke geht, dann sieht man eine Palette voll irgendwelcher Pflegeprodukte für den Genitalbereich. Sei es für den Mann oder auch für die Frau. Und wisst ihr was? Diese ganzen Produkte könnt ihr eigentlich nehmen und in die Tonne klatschen. Und deswegen dachte ich auch, dieses Thema ist eigentlich gar kein Thema, weil es so unkompliziert eigentlich ist. Und wenn ich sage, diese ganzen Produkte kann man in die Tonne klopfen, dann fange ich direkt mit einer Studie aus Kanada an, die gesehen hat, dass Frauen und Männer, die Pflegeprodukte für den Intimbereich benutzen, ein 3,5-fach erhöhtes Risiko haben für Infektionen im Genitalbereich. Sprich, sobald man anfängt mit irgendwelchen Kosmetika rumzuschmieren, dann verändert man dieses normale Milieu, was da herrscht. Und das ist vor allen Dingen bei der Frau wichtig, denn wie ihr aus meinen Videos ja vielleicht schon wisst, ist das Scheidmilieu ein sehr saures. Da herrscht nämlich ein pH von 4. Und die meisten Kosmetika enthalten ja Laugen. Denn Laugen, die packen die Schmutzpartikel und transportieren sie ab. Aber Laugen sind von dem pH eben alkalisch. Also ein pH-Wert über 7. Und wenn wir das auf einen pH-Wert von 4 schmieren, dann verändert sich unten auch der pH. Er wird nämlich alkalischer. Und dadurch ist die natürliche Schutzbarriere, die Schutzfunktion der Scheide gestört. Denn sowohl Bakterien als auch Pilze finden es einfach nicht schön, sich bei einem sauren Milieu niederzulassen. Die finden sauer nicht lustig. Oh, wo ist die schlechte Witzkasse? Tsching! Deswegen sollte man als Frau schon gar nicht mit irgendwelchen Kosmetika im Genitalbereich rumschmieren. Dann sagen aber auch viele, okay, nee, es gibt ja auch diese pH-neutralen Seifen. Oder die Seifen oder auch Shampoos oder auch Waschlotionen, die einfach auf das Milieu angepasst sind. Mag stimmen vom pH. Nichtsdestotrotz sind da vielleicht Duftstoffe drin, sind da Konservierungsstoffe drin, die einfach das natürliche Milieu stören können. Und jetzt sagen natürlich viele, okay, wenn ich da unten mit nichts waschen darf, das ist ja auch eklig, ich kann es ja nicht einfach so lassen. Tatsächlich ist es aber so, das klingt jetzt eklig, aber ich komme gleich zu den Dingen, die Du trotzdem tun kannst, aber tatsächlich ist es so, dass die Scheide von Natur aus einen natürlichen Reinigungsvorgang hat. Genauso wie die Ohren zum Beispiel. Wir stecken uns da zwar immer irgendwelche Wattebuschel rein und versuchen da irgendwie den Ohrenschmalz rauszuholen, aber der Ohrenschmalz ist genau dafür da, eben Dreck und abgestorbene Zellen nach außen zu transportieren. Das ist ja der Ohrenschmalz. Und wenn der irgendwann mal hier vorne angekommen ist, dann kann man den mit dem Finger entfernen. Aber eigentlich sollte man ihn nicht mit einem Q-Tip in der Tiefe irgendwo am Trommelfell abkratzen. Anderes Thema. Ohrenheilkunde ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber so ist es eben auch im Genitalbereich der Frau. Der hat eigentlich einen eigenen Schutzmechanismus inne und einen eigenen Reinigungsvorgang inne. Da das aber sehr unangenehm riechen kann und vor allen Dingen in den Haut falten, bildet sich ja solches Smegma. Kennt man vielleicht so als Schimpfwort und vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem unbeschnittenen Mann in den Hautfalten im Genitalbereich, bildet sich aber auch bei der Frau Smegma. Diese weiße, krümliche, sehr übel riechende Substanz. Damit das nicht passiert, kann man sich einfach mit lauwarmen Wasser untenrum säubern. Und da bieten sich die lieben Hände als Instrumentarium einfach viel besser an, als irgendwelche Utensilien, Bürsten, Schwämme, weil man mit den Fingern einfach auch in jede Ecke kommt. Und da braucht man einfach nur lauwarmes Wasser. Viel mehr braucht man nicht. Es gibt Frauen, die reagieren auf jedwedes Shampoo. Wenn die einmal in der Badewanne sind mit einer Waschlotion drin, kriegen die am nächsten Tag direkt einen Scheinpilz. Solche Frauen gibt es. Es gibt aber auch welche, die schrubben da seit Jahren mit Shampoo und mit Seife und so weiter rum und hatten noch nie einen Pilz oder noch nie eine bakterielle Infektion im Genitalbereich, gibt es ja auch. Die Empfehlung ist jedenfalls nur lauwarmes Wasser zu benutzen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt danach, schonend zu trocknen. Bakterien lieben einfach ein feuchtes, warmes Milieu. Das ist für die wie so ein Jacuzzi quasi. Also die lieben das und breiten sich da besonders gerne aus. Und deswegen ist es ganz wichtig, den Bereich trocken und sauber zu halten. Und da bietet sich einfach ein sauberer Baumwolllappen an zum Beispiel, den man einfach benutzt, um den Genitalbereich trocken zu tupfen. Diesen Lappen bitte relativ regelmäßig dann auch gut auswaschen und am besten auskochen, damit man nicht irgendwann mal den Schmutz von einer Woche da sich hinschmiert. Ist, glaube ich, selbstverständlich. Baumwollunterwäsche ist immer eine gute Sache, auf jeden Fall. Ist meistens aber auch nicht schön. Ist auch nicht unbedingt ein Muss, weil wir heutzutage uns relativ oft waschen. Wir waschen uns einmal morgens und meistens sogar noch mal abends. Sodass diese Baumwollunterwäsche helfen kann, dieses Milieu zu stabilisieren und diese Trockenheit zu gewährleisten, weil die einfach viel mehr Flüssigkeit aufnehmen können als jetzt synthetische Fasern. Ist aber nicht unbedingt das Muss. Bei Männern sieht es übrigens auch ganz ähnlich aus mit dem Waschverhalten im Intimbereich. Aber da ist jetzt nicht dieses krasse Milieu, was man zerstören kann. Aber auch da ist Seife und irgendwelche anderen Kosmetika nicht empfohlen. Auch da nur warmes Wasser und dann gut trocknen. Dann kommt es auch darauf an, hat der Mann eine Vorhaut oder ist er beschnitten? Beim beschnittenen Penis ist es natürlich so, dass man da nicht so viele Falten hat, wo sich da irgendwelche Substanzen drunter bilden können. Auch Beschneidungen beim Mann haben auch Nachteile. Das ist aber ein anderes Thema. Und beim nicht beschnittenen Mann muss man halt gucken, dass man wirklich die Vorhaut gut reponieren kann, das heißt zurückziehen kann, damit man da überall drunter kommt. Sollte das nicht der Fall sein, sollte das erschwert sein, da muss man wirklich zusehen, dass man das übt. Oder da den Arzt aufsucht, den Urologen, um mal zu gucken, kann man da irgendwas machen. Weil es kann schon nicht ungefährlich sein, wenn sich solche Smegma über längere Zeit dort unter der Vorhaut bildet. Es kann sogar krebserregend sein. Peniskarzinum gibt es tatsächlich. Und Smegma ist auch ein Risikofaktor. Dann nochmal ein Thema zu Feuchttüchern. Feuchttücher sind das absolute Graus für jeden Proktologen, also jeden Arzt, der hintenrum quasi seine Spezialisierung hat, als auch jeden Gynäkologen. Benutzt bitte keine Feuchttücher. Es hat überhaupt keinen Sinn. Also wenn man sich da hinten zum Beispiel nach dem Stuhlgang mit Vanilleduft abwischt, ja ich weiß, wer riecht denn an eurem Popoloch, ob das jetzt nach Vanille riecht oder nach was anderem. Das heißt, auch da gilt die Devise möglichst schonend und sauber mit warmem Wasser, zum Beispiel mit einem Lappen, kann man sich dort auch reinigen und danach das gut trocknen. Das ist die einzige Devise auch im Analbereich. Bei Frauen ist natürlich noch wichtig, das lernt man schon als Kind, dass man in die richtige Richtung abwischt, weil man möchte natürlich nicht vom After die ganzen Darmbakterien in die Scheide manövrieren, sondern genau andersrum soll abgewischt werden, von der Scheide nach hinten zum After. Sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und gehört zu jeder guten Kindererziehung bei Töchtern, aber viele wissen es vielleicht auch nicht. Deswegen das nochmal mit auf den Weg gegeben. Und ihr seht, obwohl das eigentlich ein selbstverständliches Thema ist, denn viel mehr als warmes Wasser und Trockenhalten habe ich jetzt nicht gesagt, aber es ist trotzdem ein komplexes Thema mit vielen Wissenslücken bei vielen Menschen wahrscheinlich. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Haaretrimmen im Intimbereich. Ist natürlich in den letzten Jahrzehnten en vogue geworden, sich dort zu rasieren, auch blank zu rasieren. Da stellt sich natürlich immer die Frage, was ist am schonendsten? Epilieren, Wachsen, irgendwelche Enthaarungscremes oder Rasieren oder nur Stutzen. Gibt also diverse Möglichkeiten, seine Haare untenrum zu entfernen und laut Studienlage ist es tatsächlich am besten, sie nur zu stutzen. Das heißt, man hat eine Art Trockenrasierer mit Aufsatz und kürzt seine Intimbehaarung auf zum Beispiel zwei Millimeter. Das ist das schonendste für die Haut. Epilieren ist ganz fies, weil die Haut dort ganz, ganz dünn ist und auch natürlich ein bisschen keimbelastet durch dieses warme, feuchte Milieu. Auch beim Rasieren, kennt ihr das vielleicht, entstehen so kleine Pusteln, die tatsächlich auch Absesse werden können. Also wenn ihr da so kleine Pusteln habt mit einem weißen Stippchen, die brauchen sich nun mal drei, vier zusammenschließen und schon hat man dort einen manifesten Abszess. Die Cremes soll man absolut meiden. Das ist kompletter Humbug im Intimbereich, mit irgendwelchen Enthaarungscremes zu arbeiten. Und Wachsen ist genau dasselbe Prinzip wie Epilieren zum Beispiel, sollte man im Prinzip auch lieber vermeiden. Auch hier gilt, viele Frauen machen das seit Jahren und es passiert nichts. Aber die Empfehlung ist einfach offiziell so, dass man es nur stutzen soll. Summa summarum, Intimhygiene ist ein wichtiges und komplexes Thema und in der heutigen Gesellschaft auch nicht mehr wegzudenken. Das ist auch völlig in Ordnung, aber man sollte es eben nicht übertreiben. Es gibt sogar Intim-Deos und Intim-Sprays und was man nicht alles schon gesehen hat, da könnt ihr euch alle sparen und das Geld lieber investieren in gute Baumwoll-Handtücher. Denn nichts anderes braucht man warmes Wasser und danach gut trocken machen. Dann regelt sich quasi dieser Flora und dieser Intimbereich von selbst. Wie oft ihr das am Tag praktizieren wollt, hängt natürlich ein bisschen auch an eurem Wohlbefinden ab. Empfohlen ist tatsächlich nur einmal am Tag, den Genitalbereich zu säubern. Ich glaube, das war es jetzt zum Thema Intimbereich. Hätte ich nie gedacht, dass ich jetzt so lange doch vor der Kamera sitze und darüber spreche. Vielen Dank an diejenige, die mir das geschrieben hat bei Instagram und gesagt hat, du, mach doch mal ein Thema Intimhygiene. Und ich, ja, mache ich. Und das war gestern, heute sitze ich vor der Kamera. Nächste Woche kommt es online. Von daher, schreibt mir gerne mal, guckt bei Instagram vorbei, bei Facebook, bei YouTube seid ihr sowieso. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielleicht ja auch mit deinem Thema. Bis dann. Macht irgendwas. Tut irgendwas. Und ich natürlich als totales Greenhorn. Habt ihr geglaubt? Natürlich hab ich ja geglaubt. Ich stehe daneben. Mehr kannst du ja als Mann auch nicht machen. Und denke, kacke, was machst du denn jetzt? Die kann wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann ja jetzt da keinen Kaiserschnitt machen. Die ist ja in vier, fünf Wehen. Ist das Kind da? Was mach ich denn jetzt? Ich hab euch anfangs geglaubt, ihr Frauen. Ich glaub euch auch.